Paraguay auswandern Hallo liebe Weltpreise und Werde-Fans, heute ist der 10. November 2023, wieder einmal ein historisches Datum. Gestern habe ich die Liste der 1711 Titel unterschrieben und heute unterschreiben wir für den Kataster und für die Stadt Marseille die endgültigen Pläne des Kondominiums El Paraguay aus Werde. Also ihr seid live dabei, so schaut es aus. Unterschrift, Stempel von mir, Stempel von der Rennschuf. Und so werden eure Grundstiege im Kataster eingetragen. Rennschuf ist endgültig durch mit den Titeln Jeder von euch, der die Voraussetzungen des Kondominiums erfüllt, wird im Grunde eingetragen. Ich glaube, ein Tag zum Feiern. Ich glaube, ein Tag zum Feiern. Ich glaube, ein Tag zum Feiern.